Und wann wollt sie abreisen? Abreisen? Abreisen können wir zwei überhaupt nicht. Wir können nur verschwinden, heimlich, still und leise. Ja, freiwillig lassen uns unsere Weiber nicht weg. Wir machen nur eine Bierreise nach Afrika, nach Zipasso. Nee, das'n Ding. Da will ich auch hin. Was? Ja, da legst du dich nieder. So ein Zufall. Ich bin nämlich geschäftlich unterwegs. Ja, ich will einen Posten Schwarzer einkaufen, wissen Sie? Au revoir, au revoir. Das ist eine Sklavenhändlerin. Jonathan! Ja? Da, schau hin. Ich glaub, die Bereitle Schlachtfest folgt. Furchtbar, wahrhaftig. Die da dort heizt sogar schon den Wurstkessel. In Afrika. Das ist mir ganz schlecht. Dann trinkst du doch einen. Ich auch. Da haben wir noch einen prima bayerischen Kaugummi. Dauerhaft und unvergänglich. Da! Zuzeln! 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 Nicht schlecht. Die macht einen Bauchtanz. Was? Bauchtanz? Ich tanze doch mit dem Gegenteil. Zuzeln! Ja, was bläst du denn für einen Schmarrn zusammen? Ja, schaust nicht, dass du weiterkommst, du Regenwurm, du Kreislinger. Du, Jonathan, dein Sessel reißt den Maul auf. Und jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man auf einem Esel reiht. Das brauchen Sie mir gar nicht lang zeigen. Den nehme ich ganz einfach zwischen die Füße und wenn er nimmer mag, dann lauf ich mit. Das ist ein Schmarrn.